Die Börsenminute Aber auch die höheren Zinsen in den USA ziehen internationale Investoren an, die ihr Geld aus Europa abziehen und damit auch den Euro zusätzlich unter Druck bringen. Ein schwacher Euro ist schlecht für die Konsumenten, die mehr für importierte Waren bezahlen, die aus Ländern außerhalb der Eurozone stammen. Schlecht auch für unsere Energiekosten, denen der schwache Euro noch einen zusätzlichen Preisschub verleiht, da Öl und Co. ja meist in Dollar verrechnet werden. Schlecht ist der starke Dollar für US-Reisende, deren Urlaubskasse durch den brustschwachen Euro zusätzlich strapaziert wird. Andererseits profitieren natürlich auch europäische Investoren in Gold und Silber vom Anstieg des Dollars, da die Edelmetalle in Dollar gehandelt werden und somit in Euro mehr wert sind, wenn man es umrechnet. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass unsere Exporteure gegenüber US-amerikanischen Anbietern mit einem schwachen Euro wettbewerbsfähiger sind. Anleger dürfen sich auch freuen, wenn ein starker Dollar die Kursverluste bei ihren US-Aktien derzeit abfedern. Es ist, wie immer, nicht alles so schwarz oder weiß zu sehen. Daher macht es auch Sinn, das ist natürlich keine Anlageempfehlung, sondern nur meine ganz persönliche Meinung, auch etwas Dollar im Portfolio zu haben. Nicht als physisches Geld unbedingt, sondern in Form von US-Aktien, Fonds oder anderen Wertpapieren, die man auch ohne Währungsabsicherung natürlich kauft. Dabei spielt übrigens eine Rolle, in welcher Währung die Unternehmen notieren, in die der Fonds investiert ist. Nicht aber, ob der Fonds selbst in Dollar oder Euro notiert. Das kommt für den Anleger nämlich auf das Gleiche raus. Kaufe ich den Fonds in Dollar, rechnet mir die Depotbank die US-Position ohnehin wieder in Euro um. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.